Das ist ein Bagel, also Käse, Spiegelei, Bacon, Avocado, Puttenbrust, Tomate, Salat, Fischkäse. So, einmal kurz, was wir hier machen. Deine Webseite. Wir waren gerade unten, Snacks holen. Strand, Frühstück. Heute ist eigentlich so, von mir her Sonntag, aber man versucht noch irgendwas rauszukratzen aus seinem Gehirn. So fühle ich mich heute. Kennt ihr das, wie wenn ihr nicht ins Gym wollt, aber ihr zwingt euch trotzdem irgendwie dahin. Also ich kenne es nicht, aber ihr kennt es bestimmt. So viel zollt für mich an, zur Arbeit. Guten Morgen. Es ist ein neuer Tag, es ist Montag. Und am Samstag und Sonntag 80% unserer Zeit damit verbracht, diese Webseite hier fertig zu machen. Ich werde den Link auf jeden Fall unten in die Bio packen und in die Infobox meine ich. Und ihr könnt ihr hier nebenbei beim Scrollen so ein bisschen sehen. Sandras Seite ist fertig. Und jetzt geht die Woche los. Ähm, was denn sonst? Ah, Maja. Schmeckt's? Ja. Alles gut. Möchtest du noch was? Du kriegst eine Cola, bitte. Eine Cola. Ich habe auch kein Glas. Ah, da haben wir noch eine Scheibe Zitrone, bitte. Scheibe was? Zitrone. Und Cola on the rocks. Bitte. Cola on the beach. Ich habe kein Zitronen. Hast du Glück gehabt. So eine schlechte Google-Bewertung. Na, wie läuft die Arbeit? Freut mich. Hä? Ja, warum ist das denn hier mit zwei Nippen? Läuft bei euch nicht mehr so. Ja, der Barmann riebt doch immer so über so Alltagsdinger. Der macht immer so Fitnat. Ja, ja, Wäsche machen sich scheiße. Behandelt dein Mann dich richtig und so? Behandelt dein Mann über. Ja, der hat sich nicht verdient. Warum alles auf dem Weg machen? Ich habe es für dich poliert. Der Grund für diese exzessive, aggressive Freude. Sandra's Seite ist online. Ich packe euch den Link unten rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern. Mehr gibt es nicht zu sagen. Very sweet. Momos, ähm, Twitch Peoples. Wartet. Die Wusslert, die von Twitch, äh, die Wusslert hat, äh, drei Abende in der Geschippt. Ich gebe mir doch vier sogar. Ich glaube, der vierte ist für Pablo. Richtig schief. Von Wussi, Twitch Fan. Von Wussi, Twitch Fan. Ich glaube, der haben auch alle einzelne, ah, der haben ganz andere, so, ähm, so Anhänger. Einmal Schlüssel, einmal so ein Blatt. Das ist ein Totenkopf. Ich glaube, das soll ich kriegen. Und einmal so ein Herz. Very sweet. Danke Wussblat. Ich weiß, es geht an Momo, aber, weil der, der Typ ist so unemotional, dass ich mich mal bedanke. Very sweet. Vielen, vielen Dank, mein Schatz. Und, das ist so süß, ne? Richtig süß. Wir wollten so ein Teddy werden, weil ich hab den locker ein halbes Jahr nicht gesehen. Ich glaube, sogar länger. Jetzt geh ich zu ihm, äh, bring ihm das mal mit. So ein fünf Minuten Käffchen bei ihm. Äh, Planänderung. Aber Planbobos konnten wir doch nicht machen, weil es ist zwei Uhr und ich wollte den im Büro besuchen. Er ist nicht mehr da. Er hat gerade das Büro verlassen. Wir sind einfach auch, einfach viel zu spät raus. Wir sind gestern um, ich glaube, so um vier, vier Uhr dreißig eingeschlafen. Dann kam um acht Uhr dreißig, kam dieser Teddybär per Post. Und dann um neun Uhr dreißig, kurz bevor ich nochmal eingepennt bin, kam noch ein Brief. Das war dieser Wussblat-Brief. Und dann hab ich gepennt. Dann sind wir so, ich glaube, zwölf Uhr dreißig aufgestanden, bis wir uns alle fertig machen. Und da und dies. Ist ja schon ein Uhr dreißig, wo wir das Haus verlassen. Deswegen gehen wir jetzt auch mal. Das heißt, ihr werdet nichts von uns die nächsten Stunden hören. Weil in Mamaya können wir nicht filmen. Es ist streng geheim. Ich bin wieder, sind wieder zu Hause. Ich bin, ich weiß nicht warum, aber Menschen rauben mir so Energie, gell. Es ist auch gerade Shit-Saison. Und es sind alle, jedes nimmt mir von meinem Körper die Ente. Nicht Spaß beiseite. Das war gefühlt ein langer Tag. Jetzt sind wir zu Hause. Ich hab Subway bestellt. Erst ein Kurzpass und dann keine Ahnung, was ich mach. Ich hab keine Lust zu arbeiten. Ich bin eigentlich ans Laptop, aber ich hab einfach keine Lust. Manchmal hat man einfach keine Lust. Ich hab keine Lust. Ja, ich hab ja Gente. Vielen Dank.